Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Scribble.io. Ich bin sehr müde, aber wir spielen mit Zombie, Manuel und Palette. Hallo Maudato! Ah, schön, dass du wenigstens da bist. Wir spielen mit Essensbegriffen von Parola, Be Like, Hallihallo, Alexander05 und Felix108. Hieß der eine Hallihallo oder warst du einfach zu Hallihallo gesagt? Der heißt Hallihallo, aber Hallih mit nur einem L. Hallihallo. Zylinder? Ne, es ist Essen. Essen. Es geht nur um Essen. Ja, warte ab, da ist gar nicht irgendwas komisches drin. Ja, das tut dein Pro. Ich check die Liste auch nicht mehr gegen. Als ob. Oh mein Gott, ich habe einfach Sachen eingegeben, die so viele Bluestamme haben. Easy win. Was hat so viele? Ich habe nur eine Zeichnung erkannt. Ich habe nur ein geiles Ding gesehen und dachte mir, das ist es. Maudato, du als Veganer. Ja. Kennst das doch. Sushi. Wie riecht das hier? Ja, das war richtig tolles, ne Gini-Job-Naki. Richtig toll. Ich verstehe. Ich fand das gut. Oh, bei mir ist schon wieder ein bisschen Polizei. Nicht irgendwie ein Ding. Wir suchen fertig mit dir. Ja. Oh nein. Ich habe sie nicht verkleppt. Hast du nicht? Ein Tisch. Passt. Was isst man auf einem Tisch? Einen riesigen Po? Nein, das ist ein... Ja, er hat es begriffen. Er hat es begriffen. Was? Warte mal, eigentlich voll die falsche Form. Warte mal, ob es tatsächlich Pommes war. Ich habe nur Nein gesagt, weil ich es laut gesagt habe. Ja, aber hat man nur eine Pommes begriffen oder hat er... Ja, weil es ein McDonalds-Zeichen ist. Was war verkehrt herum? Ja. Dieser Sushi. Orange. Was ist Orange und Essen? Warum ist es kein Döner? Döner, ich kriege Orange. Senf? Senf, mayo. Oh, auf was hat man das gemacht? Oh Gott, es sind die kleinen... Ja! Beeper, das ist es nicht. Ich taco, das heißt nicht anders. Achso, das ist... Wow. Das ist doch keine Pizza. Das sah sehr lecker aus. Ich habe erst Tomatensoße drauf gemacht, dann Käse und dann... Ich fand das aber sehr gut von Ihnen. Danke. Okay, mal schauen, ob ich das meinen kann. Kennen wir denn den Begriff? Kennen wir den? Ja, den kennt ihr. Stein, Stein, lecker. Ne, nein, ich... Das ist zu... Das kann man nicht... Das kann man nicht malen, dass man es erkennt. Betze? Oh, Syra, Syrageti. Makarone und Käse. Hallete! Hiya! Tee, 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 tee! Das sind... Warte, okay. Das sind... Ja, ja, das sind... Das sind geröstete Zwiebeln. Das sind Röstzwiebeln. Oh, dann machen wir da noch... Oh, Käse. Wir reiben hier noch Käse rüber. Oh, Käse. Das ist eine Käsereibe hier. Am, 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 am. Warum denn geröstete Zwiebeln? Junge... Es kommt aus dem Schwabenländler? Ja, es kommt direkt von hier. Eine Zuckerstange ist das. Ja, es ist... Eine leckere Zuckerstange. Ich weiß, ich hätte noch vielleicht... Es ist... Diese Spitzle. Eine Zuckerstange, schade. Freilich. Oh, okay. Oh, das wird interessant. Eine Blume. Eine Vase. Noll. Nein, ich weiß nicht, wie man es schreibt. War falsch, aber... Hochsuppe. So rum. Ja, ihr seid... Also... Oh. Ich... Ich hab... Es ist einfach genau so... Hallo? Es ist... Stell es einfach so einfach wie möglich. Schreib es einfach wie möglich. Brokolo! Ich hab auch nicht gedacht, dass es so einfach wie möglich ist. Deswegen hab ich... Am Anfang Doppel-K gemacht. Einfach Doppel-K, nicht mal ein C-K. Ja, es wird mit Doppel-K. Ja, Brokkoli ist... Ich bin raus. Wie wird's geschrieben? Ist Fall ja so, wie ich's geschrieben hab. Mit Doppel-K? Ja. Ja, dann hat es ja auch richtig. Leute, schreckt doch die Wörter. Ach, guck mal hier. Brokkoli oder... Brokkoli auch Brökel, Spargel, Winterblumen oder Sprossenkohl genannt. Sprossenkohl hab ich noch nie gehört. Interessant. Ich weiß nicht, warum ich das so mal auskomme. Warum Winterspargel? Ich find Brokkoli lecker. Ich mittlerweile auch. Aber... Früher hab ich's gehasst. Da muss aber auch ne geile Suppe dabei. Äh, also Soße dabei. Ich mag den doch einfach so. Nee. Echt? Aber ich respektier das. Ich nicht. Hallo, lass mich doch mal malen, bitte. Ach so. Habt ihr es jetzt? Ja, ich hab's. Ich versteh es nicht. Hast du es jetzt, Palette? Nein. Was ist jetzt? Ich, 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 ich... Ach so. Ja, lecker, lecker, lecker. Ich hab irgendwie... Den Teller hab ich nicht als Teller gesehen, sondern der da praktisch mit zugehört. Ach, das hast du nur noch in irgendwas eingepacktes? Ja, ach, es war ganz verbirgend. Könnten wir jetzt kurz mal uns den Punktestand alle zusammen angucken? Nee, weil das unfair ist. Immer noch. Ja, Palette gewinnt beim Essen. Weil er falsch schreibt, oder was? Hä, da hab ich, da musste ich... Minecraft Burger, nee, okay. Hä, der ist oben rund. Ist doch kein Minecraft Burger. Sorry. Ach so. Was? Ah, der Minecraft Burger ist oben rund. Mehr, 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 mehr. Du wenig. Ich verstehe, der Punkte. Junge, er verstehe das so nicht. Mehr. Hä? Das sind Löcher, das sind Löcher. Käseburger. Ja. Ja, Käseburger. Wieso denn aber Käse... Ach so. Ach so. Oh, ich bin so doof. Nein. Aber Käseburger. So, jetzt schau mal auf dem Punktestand. Oh. Aber bin ich doch so... Aber Maudari ist auch sehr glücklich auf den... Ich zieh ihn wie eine Schlute. Ja, ich hab irgendwie das... Null... Ja, hat man manchmal. Blut und Tod. Kirsch... Zucker... Kirsch... Kirsch... Kirsch, Edgar. Kirsch... 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 Marmelade. Oh nein. Danke. Nein, ich hab mich... Marmelade. Ich hätte jetzt Kirschmarmelade geschrieben. Ich hätte jedes ausnehmen können. Aber wir haben immer Kirschmarmelade daheim gemacht, weil im Garten von meinem Opi haben wir einen Kirschbaum und deswegen hatten wir immer ultra viele. Oh ja, jetzt mach ich das auch so wie Mauder. Eine Dose. Fuck. Hetti. Milch? Milch. Ja, Milch ist gut machen. Ich war erster. Ich war erster. Milch plus Milch. Zucker? Milch. Milch plus Milch. Was? Pudding. Ah, Mehl. Ach so. Milch plus Tuning. Milch, Mehl, Zucker und Kuchen. Okay, jedes Backrezept der Welt. Ach so. Ja. Was? Ja, Milch plus Mehl plus Zucker in der Pfanne. Oh, da fehlt noch was. Ah, war da. Ach so. Oh, Pfannekuchen. Warte, haben die Eier gefehlt. Nein, Pfannekuchen. Ja, die wollte ich gerade noch zeichnen. Ist das, was übrigens auch ein leckeres Rezept ist, ist einfach, einfach mit Eier, ne ohne Eier und zwar mit Apfelmus das Ganze. Das ist der Minecraft Durchfallburger. Und das ist das Gesicht vom Palette, nachdem er gemerkt hat, was er angerichtet hat. Nee, nee, das sah tatsächlich ganz anders aus. Eben war da, hattest du eine Geheimzutat? Was wollte der Paluten gerade sagen? Alles, alles Geheimzutaten drauf. Also. Ach so. Die Geheimzutat, die spezielle Geheimzutat. Schade. Wir haben die Palettes Geschichte nicht gehört. Schade. Du hast ihn davon erbrochen. Hä? Warum nimmst du das? Zu Mecklenburg. Aber die Begriffe. Ich wollte einen besseren Salatbürger mal halten. Was war das für ein Auto? Da hat er auch eine ganz heftige Kurve gemacht. Wer will es gleich verstehen? Das haben halt mehrere Leute, die so müssen eingereicht. Mein Käsespätzle wieder. Ja, aber ist es nicht. Ja, doch ist es. Ja, siehste, ist falsch. Ihr schreibt es falsch, wenn ich das hier oben lese. Nein, warte mal, ich habe eine Idee. Ah, Kassspatzen. Spatzel. Nö, ich google das alles richtig. Minus L. Plus. Generell kein L. Das zweite, das zweite L. Spatzel. Gehs Spätzl? Die Roland Kassspatzel. Oh. Was? Käsespätzl. Ja, ich bin zweiter. Also war das, Moment, war das zweimal drin und einmal falsch geschrieben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Dialekt. Vielleicht ist es irgendein Dialekt. Ich weiß es nicht. Doch, du Kassspatzel. Guckuli auch, oder was? Vielleicht wird es irgendwo so geschrieben. Ich weiß es nicht. Nein, Spätzle, ich habe immer Spätzle. Nicht Spätzle. Ne, es gibt doch auch das Wort Kasspatzen. Ja, es gibt auch Spatzeln. Also wenn ich es google finde. Spätzle gibt es glaube ich auch. Ich finde kein... Doch, ich finde hier Kassspatzeln. Hier Spatzeln, aber kein Spatzel. Ja, aber wenn es Spatzeln gibt, dann kannst du ja auch Spätzle ausgesprochen. Es kann ja auch Österreich, es kann ja auch Schweizerdeutsch sein. Das geht auch. Die können nämlich schreiben, wie sie wollen. Und Schwätze, wie sie wollen. Okay Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei den anderen drei vorbei. Vielen Dank für eure Listen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.